Juventus gegen Lazio. Let's go! Schauen wir uns ganz kurz die Marktwerte der Mannschaften an. Juventus ist bei 430 Millionen, Lazio ist bei 284 Millionen, hat aber eine positive Transferbilanz im letzten Transfermarktfenster erzielt und Juve, ja Leute, ihr wisst, ob das da stimmt, was Transfermarkt sagt oder nicht, weiß ich auch nicht und die Bilanzen und die Zahlen, so ist alles hier gerade ein Rätsel, aber Freunde, ich bin optimistisch. Wir werden heute hier einen 3-0-Sieg holen und wen werden wir heute sehen, Freunde? Ein Ex-Frankfurter Daichi Kamada, der ablösefrei von Frankfurt zu Lazio gekommen ist. Und ja Leute, ich bin gespannt, wir gehen jetzt erstmal hier durch die Ticketkontrolle, suchen unseren Platz und dann sehen wir uns gleich. So Freunde, ich glaube, hier kommen die Fans von Lazio, ja und deswegen ist hier gerade so ein Polizeigetimmel. Den einen oder anderen Mittelfinger haben wir ja schon gesehen, ne? So Leute, jetzt einmal hier durch die Ticketkontrolle durch. Grazie. Ich kriege ein T-Shirt für die Choreografie. Ciao, grazie. Also Freunde, wir haben hier ein T-Shirt bekommen, Stronger Together. Was sagst du eigentlich, Game Prediction? Heute? Das sind 3-1. 3-1 der Juve. Papa, Game Prediction, wie kommen wir pensi, finische? 2-1. 2-1 zur Juve? Jada, per Vlog, was denkst du, wie finische diese Partita? Ich bin positiv, ich bin der Juve. Wie viel? Ich weiß nicht, ich habe nicht die Bilanz. Ich habe nicht die Bilanz. Und alle? 3-2. 3-2 der Juve? Ja. Okay. Aber ich bin der Juve. Ah! Mein Onkel sagt, Juve verliert immer, wenn ich dabei bin. Ja? Aber heute ist ein... Wir sind in der Juventus-Stadion. Oh yeah, Leute. Den 25 Minuten ist anfib, Freunde. Geil, die Spieler machen sich schon alle warm. Hier ist der VIP-Bereich, hier ist die Kurve von Juventus. Und ja, Freunde, ich steige, das ist heute ausverkauft. Freunde, den 15 Minuten ist anfib, ich bin sehr eifert. Wir haben Gelsa und Blau mit dem Doppelsturm, das ist bestimmt krass. Und ja, Thierry Mobile bei Lazio im Sturm ist auch ordentlich. Ich bin mal gespannt, Freunde, wie es hier enden wird. So, Freunde, die Mannschaft ist auf dem 1.1. Also... Verso le 2 conquiste... Nobalk und la Tch City hat... Storia è la storia di tutti noi. Solo chi vorrego può... Fare di te la squadra che sei. 2... Storia di un grande amore. So Leute, wir haben Punkt Nummer 1, Laugertopp gerade, den Anschluss ausgeführt und die ersten Minuten waren die Fans und Uwe leise, jetzt fängt es an. Die ganze Kurve auf dem Ravion. Auf dem Kiesa. Ja, nein! Wir wollen diese Vittoria. Blaubitsch, Blaubitsch, Blaubitsch! Pass rein von Lottanelli, Blaubitsch, Blaubitsch! Wir wollen dieses Viterium! 2 Kostic. Flanke rein, kurz. Gefährlich, schade, schade. Schade, Danilo. Oh, nah hin, so schlecht für den Ballpick. Oh, Kamada. Oh mein Gott, sogar. 10 Minuten hat Kamada zu hoch geschlossen. Erste, wichtigste Fälschung zu Lazio. Aber Lazio kommt in den letzten 10 Minuten. Wenn es die 25 Minuten, für 10 Minuten steht eigentlich nur noch Lazio. Oh, Chesny, Alana. Armination, Lotto, Lotto, Ragazzo. Geile Verlagerung von Lokaseni hier. Auf Westen, McKennie. McKennie kann kein einzigen, was eigentlich. Egal, geil. Geile Verlagerung von Lokaseni. Oh, das ist ein Konzent an der Waage. Nein, nein, das sieht nichts. Doch, Giersaar, ja. Nichts! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was ein geiles, Coor. Den Kennen kann kein einzigen, was eigentlich. Egal, Geile Verlagerung von Lokaseni. Nein, nein. Ich weiß nichts. Doch Giesa, ja! Leute, wir waren gerade unten. Wir haben gerade so richtig gelitten. Natsu hat sich reingespielt. Kamala hatte eine Chance. Giesa! Giesa! Und jetzt ist Juve zurückgekommen, hat sie bestraft mit einer geilen Ballverlagerung von Locatelli. Auch McKennie, der den Ball reinspielt und dann hier Giesa abgeschossen hat. Geil, let's go! Ljube, Ljube! Ole, 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 ole! Ljube, Ljube! Ljube, Ljube! Ehe, da haben wir gerade noch. Ehe, da haben wir gerade noch. Ehe, Ehe, Schiri! Da sind wir, da sind wir! Oh, Fischia! Kovier, Schles, Kostič. Da haben wir Danilo hier. Ja! Danilo, wer ist da? Danilo, daj! Danilo! Sumiretti! Goal! Nooo! Okay, Azione, Raga, 30 Minuten. Geil! Geil! Wow! Wir sind so schnell da vorne und gut determiniert. Oh, 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 oh! Passa los, rega! Superisch, superisch! Dark Weston! Quick, Weston hat Coquale gewonnen. Rabiot, Kiesa, weg! Bravo! Miretti! Nein, Miretti! Kommt aus! Mann, Miretti, gerade! Auf Kiesa, wow! So frei! No, no, jetzt abspielen, oder? Malmo! Ah, schade! Gute abspielen! Malmo! Das ist okay! Das ist ein Kasten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So mal! Pass! Ja! Kompletamente! So Freunde, 2 Minuten Nachspielzeit! Dann ist gleich Halbzeit! Billig! Das war die erste Halbzeit! Ja, das Spiel 2-0 Juve! So Leute, es ist Halbzeit! Es steht 2-0 für Juve! Und ich muss sagen Leute, mir gefallen wirklich alle Spieler! Also vor allem McKennie, Kiesa, Uniretti haben für mich die besten 5 Minuten abgelegt von den 22 Leuten hier auf dem Feld sind! Und ja Freunde, ich bin auf die zweite Halbzeit gespannt! In dem Sinne, let's go! So Leute, Juventus läuft gerade ein! Und Rovella ist bei Lazio angewechselt worden! Er war bei Juve und ist jetzt bei Lazio unter Vertrag! Und ja Leute, durch die Sperre von Cogba, wegen angeblichem Doping, bereuen gerade ganz viele, dass ja, Rovella jetzt hier bei Lazio spielt mit der Nummer 65! Und Cogba natürlich heute nicht spielen kann! Sehr schade! So, 2. Halbzeit! Kann! Billig winnen! Cogba und Juve! Da! 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 Ah! Boah! Klapp! Das stinkt! 48 Minuten durch den Start! Ja! 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 Oh mein Gott Leute! In einer Minute zwei krasse Aktionen mit dem Kopf! Wer war das? War das Danilo? Wer war das Danilo? Wer war das Danilo? Wer war das Danilo? Oh nein! Kamada vorbei! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Boah! Kamada ist so unter die Gede... Oh mein Gott! Wie ein Platz ist jetzt! Wuh! Leute, wir haben jetzt die 7.15 Minuten! Lazio hat angefangen, besser zu spielen wieder! Er hat die ersten Minuten irgendwie so stark reingekommen und jetzt macht Lasske ein sehr gutes Passiv. So Leute, Fadjon ist reingekommen von Brimiretti. Mirretti hat ein sehr starkes Spiel gemacht. Bleibt Fadjon. Fadjon hat 35 Millionen Mark für Lass. Der hatte noch vor einem halben Jahr... Bremer hat so ein schlechtes Aufbruchspiel. Das ist unglaublich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ein krasses Tor. Ein kleiner Schuss. Aber Leute, Bremer hat wieder einen scheiß Pass zum dritten Aiteinander gespielt. Locker Tennis kam nicht zum Beigang. Lass hat es ihm beigenommen. Clever gemacht und dann abgeschossen. Wow. Hier steht schon 2-1. Wir haben das Liga aufgemacht. Bremer hat dort getroffen. Wow. Langer Ball auf Dijam. Übertrieben. Ziem! Ja! Super! Super! Ja! Dijam! 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 Der ist schon ein langer Ball auf die Chance. Überleb übertrieben. Ziel! Freunde, jetzt wird die Mauer wieder ausgewechselt und vor Todesbeleidung. Gute Ball! Cumbada wird ausgewechselt und für Guendouzi. Ab nach links zu Rabiot! Rabiot! 79. Minute. Wow! Komm, komm! Von Ken. Von Ken! Von Ken! GOOOOOO! GOOOOOO! Komm, du kannst nicht den Ball machen. Ich glaube nicht. Woher? Woher musst du probieren? Boah, Leute, es gibt jetzt hier noch ein paar Minuten. Gefährlich, gefährlich. Super, gefährlich. Ach, das ist nicht so. Oh, nein, nein. Ja, ich gehande. Komm, du. Auf, Konter. Konter, komm. Wir müssen dich bekommen beim Turbo. Bravo! Guter Ball auf Bajo. Auf Außen hier, Ken. Und Rabiot überläuft. Nee, Cambiaso, Cambiaso. Ken, eins gegen eins. Aber ich glaube, er ist zu dick. Ja, ja. Egal, war gute Aktion. Schade, Jungs. Oh, ey. Es finita. Es finita. La Juventus bache la Lazio. 3 a 1. Baustart, Leute. Vorbei. Sieb. Lassen Sie uns ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns in drei Tagen beim nächsten Schaio-Blog im Channel Dix Spiel. Arte Meiner. Geht sich das. Gehen Sie, Leute. Peace out. Macht's gut. Gehör drei. Wir haben den Hohen. Wir haben den Hohen. Geht sich das wo andere, wo andere kinder 사람. Wir kommen und schärfert. Wir kommen nicht zu können, dass wir die Schaue sind. Wir kommen nicht zu Hause.